Diese Schule ist der größte Kack. Einmal falsch gucken und du bekommst rote Karte oder Aktenvermerk. Was ist das? Nur ein echter Ehrenmann geht auf die Gustav Heinemann. Da sind zwei richtig hotte Schnitten. Ich finde die Lehrer unsympathisch, aber sonst ist es geil. Bin selber drauf, aber diese Crack-Raucher-Ecke hinter dem Pavillon ist krass Gras und so weiter. KFC schmeckt besser und Pepsi ist besser als Coca-Cola. Beste Schule ever. Ich kam hierher, um den besten Taco von Taco Bell zu essen, den ich je gegessen habe.